Yo YouTube, Cracker hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary, das heißt auf einem weiteren Live-Kommentary, mein erstes Live-Kommentary seit lange mal wieder hier auf meinem Kanal. Spiele auf, Bada, 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 Boudlek. Mit der P90 am Start, am Stüsselbissl, man versucht natürlich etwas zu erspielen. Schwierig, aber ich versuche es natürlich. der erste huren zu und schon meine fresse oder das spiel natürlich über die acr die gegner die brauchen etwas hier herausforderung gott im himmel wir brauchen die genau wenn euch wundert hier in der skype konfi ist der also den werdet ihr denke ich mal nicht hören oder irgendwie zufälligerweise hören der korb der hurenzonen effekt der hurenzonen effekt hier wer ist korb man wer ist korb junge das meine erste runde übrigens heute also nicht gleich rumosern dass ich so abkratze komm komm zu papa das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht was ist denn los mit dir meine fresse alter gleich steht meine mutter wieder im zimmer weil so hurenzonen nicht sterben wollen wenn der hurenzonen mich getötet hätte ich hätte ihn getötet das wäre die attentate oh mein gott was spielst du mit attentate was ist denn los mit dir ist inzwischen mein live commentary nummer sieben wo ich versuche aufzunehmen also gestern habe ich schon sechs stücke macht heute mein erstes bin gerade heim gekommen vom arbeiten hier sterb ja enemy 12 jawohl dein ernst ja wahrscheinlich oder hey geiler das scheiß teil vom himmel sonst sonst hey man ihr wisst gar nicht wie viel wie oft ey man da rastet man ja nur aus gekriecht er über dem app wie so ein behindertes stück scheiße hauptsache kills clown beim tod lad nach wenn er mich erst getötet hätte obwohl er aufs radar geschossen hat die 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 Oh, jetzt haben die Triple Cap, richtig geil. Ich hab Specialist Bonus, die haben Triple Cap. Nein! Ich hab' so Schiss, man. Komm. Der stirbt, hoffentlich. Oder auch nicht. Ich verpiss mich mal, lieber. Boah. Ich hab' so Schiss. Ja, Herr. Ich zittere gerade am ganzen Körper. Ich hab Morb live. Ich hab Morb live. Ihr Missgeburten. Ich hab euch ne live Morb verpasst, Alter. Bam, die kleinen Hunde, Alter. Jetzt habt ihr davon, Alter. Kleinen Arschkriecher, Mann. Geht mich schon die ganze Zeit auf den Sack, Alter. Hier, fressen und Morb, Mann. Oh mein Gott, die haben IMP. Die haben IMP, die Hurenzöne. Ich kann meine Morb nicht einsetzen. Scheiße, Alter. Ich hab Morb live, ihr Missgeburten. Juhu, Entzöne. 60 Likes auf dieses Video. 60 Likes. Ey, ich zittere am ganzen Körper, Mann. Ja, komm, auf. Scheiße, geil, dass ich mich jetzt tötet hier. Noch 30 Sekunden. Ja, gut. Ich kann ihn noch rauspumpen. Locker, easy. Komm, geh mal vielleicht auf Double hier. Hä? Oh mein Gott, Mensch. Ach mein Gott, hier, ey. Komm. Hundesohn. Noch drei Sekunden. Ja, Hunde. Äh. Oh mein Gott. Während meiner Morb, hauen die ihre IMP raus. Mensch, meine Dicks sind nicht auf. Komm. Bam, ihr Hunde, Alter. Nice, hier. IMP gegen IMP. Näh. 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 Komm. Komm. Am Anfang so rumgeheult und dann hau ich da eine Morb live raus, Alter. Und wenn sie es nicht aufgenommen hat, rasse ich aus. Das war ja wieder so typisch. Sekunden. Ah. Komm. 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 Und jetzt next die IMP von den Gegner. So gehört es. Wie heißt das schon? Ran an den Speck. Ran an den Speck. Sekunden. Packe ich sieb... Ne, siebzig werde ich nicht mehr packen. Die haben zwei Flaggen. Ach, Mann, hey. Ich würde sagen, wollt ihr, wenn ihr mehr live Gameplay ist, wollt, dann einfach... Oh mein Gott. Head Glitcher for the win. Es gibt sich. Komm, komm, ein Kill, dann habe ich wenigstens die 60. Hast du wenigstens eine genaue Zahl? Hallo. Oh, er darf mir den Kill zu klauen. Da. Bäm. Bäm. 60. 61. Und... Kaum ist eine Conduit-Runde da, ist Cracker verwirrt. Er hat keine Ahnung, wo die Gegner sind. Oh mein Gott, hier, ey. Ein und zwei. Ja, komm, das ist doch völlig in Ordnung. Was heulich denn so rum? Und das nächste EMP. So gehört es. Sterb. So, jetzt kann ich endlich dann gleich mal hier offline gehen. Bäm. Bäm, Alter, Jungs. Bäm. 60 Likes, Mann, auf Live Morb. Hier. Ach, scheiße, ich kann... Warte. Kontrolle ist wieder anmachen. Hallo. Kontrolle. Hier, äh... 63 zu 23. Scheiß auf die Tote, Mann. Alles Scheiß-Tote, sind alles Hunde. 60 Likes. Haut rein. Ne, stopp, ich muss noch synchronisieren hier, ey. Wartet. 55, 54, 53, 52, 51, 50. Haut rein. Euer Cracker. Bis zum nächsten Mal. Ciao.